Hey Leute und wir kommen zur Auflösung von unserem Dragon Ball Super Karten Giveaway Gewinnspiel sozusagen. Diese 5 Karten, die ich noch immer in der Hand halte, werden wir heute nun an 5 random Kommentare verlosen. Ich freue mich drauf Leute, wer es nicht mitbekommen hat, hier gab es das Giveaway Video schon jetzt vor längerer Zeit. Ich habe absichtlich jetzt das Video schon relativ lange online gelassen mit möglichst viele mitmachen können. Und ja Leute, wir gucken heute mal, wer gewinnt. Dieses YouTube Video muss man hier in der Seite einfach nur einfügen. Duplikate filtern. Ja, es gibt Leute, die haben mehr als einmal mitgemacht. Das funktioniert nicht. Die werden hier rausgefiltert. Und ja Leute, ich würde sagen, wir machen ein kurzes knackiges Video. Wir beginnen schon mal mit dem ersten random Kommentar. Ich habe ein Video 37 Mal, glaube ich, gesagt, es muss das Wort Gewinnspiel im Kommentar vorkommen. So, also wer ist nun der erste Gewinner? Trommelwirbel. Und start! Der erste ist Max Rügheimer. Alter, hast du gewonnen? Kriegst du eine der 5 Karten random zugeschickt? Und ich bin auch so nett sogar Leute. Wie gesagt, ich unterschreibe am Artwork und ihr bekommt diese geilen Hüllen dazu. Wird sie in so eine geile Hülle packen. Original von Dragon Ball. Super. Mega nice Hüllen, Leute. Ich hoffe, ihr freut euch über die Karte, über die Unterschrift und über die geile Hülle. Der erste, Max Rügheimer. Nice Leute. Und wie ihr seht, ich nehme das Video heute am 5.12. rechts unten auf. Um knapp 15 Uhr. Ne? Ich habe euch lange genug Zeit gegeben. Das war mal der erste. Weiter geht's mit dem zweiten. Soll ich mir aufschreiben? Ich soll es mir, glaube ich, aufschreiben, wer gewonnen hat. So, der zweite Leute. Ich drücke drauf. Pick another winner. Der zweite. Wir zahlen. Ja komm, ja komm. Gewinnspiel steht drinnen. Marcel Blanco Martinez. Ein Glückwunsch. Bis der nächste. Der zweite, der eine Karte gewonnen hat. Mega nice. Leute. Bitte mir privat auf Discord schreiben. Link zum Discord-Server in der Videobeschreibung. Ich brauche eure Namen und eure Adresse. Dann kann ich es euch zuschicken. Sonst leider nicht. Also Leute. Discord. Link in der Videobeschreibung. Mir eine Privatnachricht senden. Ab geht's. Der zweite. Also Marcel Glückwunsch. Dann kommen wir zum nächsten. Pick another winner. Dum, 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 dum. Vega Shadow. Glückwunsch. Du bist der dritte. Weiter geht's Leute. Mit dem vierten. Wir rasen hier durch die Karten. Sehen heiß. Leute. Ich bin heiß. Wer ist die Nummer vier? KP TV Logo. Gewinnspiel steht darin. Perfekt. Und ja. Dragon Ball Z ist halt echt ein geiles Display. KP TV Logo. Glückwunsch. Du bist der vierte. So Leute. Wer wird nun der letzte sein? Pick another winner. Der fünfte. Der eine dieser geilen Karten. Er bekommt. Mit Unterschrift vorne am Artwork. Und mit dieser fucking geilen Hülle. Nummer 5 ist. Dam, 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 dam. Gewinnspiel steht drinnen. Sophie Selleck. Glückwunsch. Du bist die Nummer 5. Mega nice. So Leute. Ich werde nun alle fünf Kommentare auch kommentieren, dass die eben gewonnen haben. dann guckt euch unbedingt das Video natürlich an. Und ja, bitte an alle Gewinner mir privat in Discord schreiben, Name und Adresse, Vor- und Nachname. Und an alle, die nicht gewonnen haben, seid nicht traurig. Wir machen das sicher mal wieder. Ich hätte auch Bock drauf, am Booster zu verlosen oder so mal wieder. Hatten wir alles schon. Und ja, mal gucken, was sich so ergibt, wenn ihr mehr Bock habt auf Giveaways und Gewinnspiele. Lasst euch ein Däumchen nach oben da, Abo, um nichts zu verpassen. Ganz klar, Leute. Und ja, das war das kurze Auflösungsvideo. Glückwunsch nochmal an alle Gewinner. Und wie gesagt, seid nicht traurig, wenn ihr nicht gewonnen habt. Wahrscheinlich dann beim nächsten Mal. Leute, viel Spaß. Haut noch rein. Und ciao. Auflösungsvideo. 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 Vielen Dank.